mit den viechers also ich finde es sehr also das ist wie cold war gespielt hast aber das die engine ist die gleiche glaube ich sie genauso und ein bisschen moderner auch gemacht habe und sie an für mich wie cold war wenn also ich werde spiel schon ein bisschen spielen vielleicht aber nur im game pass kostet irgendwie 70 euro und das ist mir nicht wert kritische treffe ja ich zocker laufe daran hier ja ja also ich meine zum beispiel diese hitmarker und so von cold war und also die anzeige und so ist alles komplett gleich aus finde ich wurde halt sehr ähnlich und natürlich ist es anders und verbessert ja schon cool aber es halt immer noch skill based matchmaking da musst du halt schwitzen weg mit den viechers so jetzt geht es aus dem maul exekutiert hier einmal wortel willkommen hier ich habe keine granaten heute ja was tatsächlich nicht auch viele schlechte kinder das muss wahrscheinlich externe bitte wenn man sie das spiel kommt ja also wo ich die beta gespielt habe die beta 1 hatte ja auch immer so positive kd was schon weiß macht auch bock aber alleine halt auch nicht so wenn dann muss ich das mit dem mate zocken das spiel ist ja auch cool lukas aber wahrscheinlich nichts für dich aber level 15 oder hilft ich glaube ich war level 3 oder so viel habe ich das nächste spiel ja auf jeden fall ich habe es ja dann eh im game pass ich habe ja diesen game pass weißt schon da ist es ja drin wenn sie rauskommen können wir gerne zusammenspielen sehr gerne das infinite warfare dings da brauchen muss man auch noch zusammenspielen aber irgendwie schaffen wir es nie wie viele masten sind verwandt ihr mit der ausrüstung der reaktor wird vernein am rakietmast aufgeführt echt weiß nicht ob level 5 ja gut level 4 oder 5 hin oder her das ist doch das gleiche ja gut guck mal mein leben an ich habe immer live am limitieren fangt sie ab fangt sie ab fangt sie ab ist ja was da was da platzen noch oh ich ich habe sie auch noch drauf die peter vielleicht sage ich mal eine runde mit ich auch die ich muss hier das spiel dieses spiel aussuchen aber warum würde ich schon mitmachen nur für dich oh nein diese flugdinger die sind ganz schlimm alle schnucki bis zum morgen ein bisschen morgen wieder und dann abends um neun vielleicht dann die runde mal machen okay dann müssen wir noch bescheid passt diese flugdinger sind so mies jetzt weg mit dem dreck oder ich bin alle erst dann um neuner und so ungefähr der kern ist ein prozent weiße 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 keiner nur ein prozent ja 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 sonst weiße weiße sag ich noch auch niederlage ne ich glaub ich warte mal zu ne plasmapistole na komm ach leute also wenn ich es jetzt nicht schaff dann muss ich die schwierigkeit runter stehen glaube ich ich will das auch auf veteranen schaffen ich finde das so lustig irgendwie ja witzig sein stimmt das schön ist es lustig bin ich was hast du heute ich ganze menge gearbeitet gestreamt und ja natürlich videos gemacht ganze menge und so halt das was man sonst auch nur macht außer halt und so weiter ja und jetzt ist schon wieder nach der arbeit weil das game richtig bockt weg mit dir ja das müssen wir blocken leute ey oh der guckt euch den schaden ey an finde ich super hab was zu schauen haha ja das finde ich auch super was zu schauen hast hehehe komm schon die mission ist hier gerade echt schwer ja ich spiele halt auf den zweithöchsten die schwierigkeitsgrad und das ist dann auch nicht wer da bringen jetzt schon mal zum dritten zum dritten zum dritten mal schon los wenn ich einen akzent habe alles für die community alles für die community genau ja mal zu dialekt wenn ja dann vielleicht oberfränkischen dialekt kann sein ja akzent heißt ja was anderes ach komm ihr unnützen mates jetzt hält mich mal auf bitte zeit aufzustehen mhm die tyraniden nehmen die captain ins visier proberfränkischen hört sich gut an ja danke hört man raus was mhm die zerstören die ketten mhm wo kommst du her wahrscheinlich dann nicht das oberfränk wenn du so stark raus wirst ich hab doch keine malen munition mehr wenn das so weiter geht stürzen wir gleich noch 17% ketten lolle hin und hin ok sind die weg sind weg und ja ich verwechsel dialekt und akzentieren wie immer ja alles gut nicht schlimm ok letztes leben ich muss ihn kurz konzentrieren hier sekutieren und sekutieren und wo ich hier komme willst du also wissen wenn du mir nichts sagen willst du das auch ne ich hab nur gefragt weil ist das ja dann woanders aus einem anderen bundesland kommen als Bayern wenn dir das so stark auffällt das war nicht hm ok ok oh nein Hilfe Leute Hilfe hau die Kranaden raus ich hab keine money schnell 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 ne ho oh hab ich es noch geschafft nein jetzt hab es geschafft doch nicht oh nein ja ich mag stimme sehr deswegen achte ich darauf generell okay das hört sich gut an und stuhl ist ja auch quietschen aber den hörst du nur auf tik tok die beste rausschulterdrückung der welt hat so nicht natürlich ok jetzt schaff ich es aber ja ich glaube ich auch auf veteranen jetzt go man muss halt echt nicht konzentrieren nicht so leicht die biester fressen immer die ketten eine andere waffe ich lag gerade so in meinem stuhl drin vielleicht habe ich das deswegen nicht geschafft jetzt da gibt es noch ganz schön ganz schlimmere stimmen naja aber zu kommen also durch die kratzer stimme so witzig müssen wir granaden benutzen jetzt lass mich doch in ruhe und geht mal auf die maids ja das spiel ist schlimmer als wukong ich glaube dann kann ich nicht mehr vorlachen heck mit dir ja die misstfiecher wollen an die ketten das ist mal auch nö was ist denn jetzt ja auch mal munition wo kommen die toxine her und wem und dem da das ist schön ich hab keine munition mehr doch ich hab jetzt wieder um jetzt weg mit euch ich glaube er macht dann so viel schaden ich hab kein leben mehr glaube ich heule gleich Okay, neuer Versuch, Leute. Digga, diese Mission, ey. So, nochmal einer in meinen Kommentaren schreiben, dass er das in sieben Stunden durchgespielt hat. War bestimmt nicht der Veteran, Alter. So, ich muss mir jetzt merken, wo die Munition ist. Danke, vielen Dank. Also, wo ist hier Munition? Gibt's nirgends. Da ist ein Health, okay, jetzt habe ich schon mal zwei Health-Packs. Das Sprenggranaten, da ist Ballkarabiner. Hm. Ich kann ja Munition, ne, da muss ich eine neue Waffe direkt nehmen, dann. Okay, ich mach die erste dann mit, äh, Stole. So, machen wir das jetzt. Na, komm. Hier schießen die Mains noch mit drauf und dann aber nicht mehr. Dann laufen die jetzt einfach sinnlos im Kreis. Ja. Weil die fressen fünf Prozent, der Kabel schnell man das macht, glaube ich. Ich bin doch ausgewichen, das gibt's doch nicht. Ich muss diese großen Viecher schneller gerunden haben. Ja. Allerdings, allerdings. Die sind richtig dumm. Weg mit dir. Guck mal, da hinten steht einer zum Exekutieren da. Die machen das nicht. Die chillen ihr Leben, alter. Ja, also die Missionen sind, werden im Mains auch immer leichter. Der muss andere wechseln. Naja, ich bin doch dabei. Weck, ne? Ja. Okay, 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 okay. So, Waffe wechseln. Ich will jetzt auswendig klären, wo die sind. Da. Was ist meine Pistole? Oh mein Gott. Ich finde das ein Digga. Digga, der one-shottet mich fast. Ich hatte halbes Leben. Das ist doch nicht mal witzig. Das zerstören sie die Ketten wieder. Ich muss mich aber erst mal um den kümmern. Dann schießt er mit seinem röden Gift. Oh. So. Pass mal um die Pistole. Okay, okay, geschafft. So 31% haben die noch. Oh mein Gott. Sonate? Ja, 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 ja. Jawohl. Ja, da kommt wieder ein Schuss aus dem Licht. Weniges können die mir aufgeben. Aber wir sind halt gut. Jetzt sieht gut aus. Es sieht gut aus. Muss ich sagen. Exekutieren, exekutieren. Okay. 30% haben wir noch. Okay, gut. Ich schaffte jetzt nur noch der Digga da hinten. Hohoho. Stimmt, ich weiß wieder. Hast wieder geunshottet. Ach, ich hab's geschafft. Ich fass es nicht. Guckt euch mal in Live an. Nein, nein, nein. Dann gibt noch einer. Exekutiert den halt. Was ist denn? Ey. So, ein Leben hab ich glaube ich oder so. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's gespeichert jetzt hier oder so. Wie viele Versuche? Fünf? Ja, fünfter Versuch. Aber das krieg ich mal hin, siehste. Geht auch auf der Terran. Vielleicht wollen die alle nur kuscheln. Das kann auch sein. Wir werden von allen missverstanden. Das ist eine Ebene tiefer. Guck mich hier erstmal rum. Wie? Okay. Finde einen Weg in die Anlage. Das ist ein krasser Seiworn. Jetzt ist es richtig. Ja. War einer, aber nur kurz. Ja, fünf Versuche. Wir haben es geschafft. Schau dir mal mein Leben an. Sehen wir es im Stream? Sei still, Bruder. Verdeckt ist irgendwas? Nein, dieses Leben nicht. Relevante Daten sollte man nicht einfach ignorieren. Hattest du schon mal mit dem Erzfeind zu tun, Sergeant? Bisher noch nicht. Warte mal klein, Alter. Dann warte ich dir. Hör auf den Bruder. Dicke Mensch. Da ist mein Leben. Ein HP hab ich. Alter, Schoen, du lebst auch noch. Ich bin nicht zu lesen, wie das aus. Was geht? Und Wukong schon durchgespielt. Immer wenn, nur kurz. Kurz da. Schade, schade. Rettungsflick, ja. Und das stimmt mal gut. Alles gut und selbst. Ja, auch alles gut. Neues Spiel. Wollen wir. Macht mega Bock. Space Marine 2. Zockst du das auch zufällig? Ich brauche noch mal jetzt. Wukong durch. Wukong durchs Lava nicht. Das hab ich noch nicht mal durch, Alter. Bin jetzt verwirrt. Bin ich jetzt richtig oder falsch? Ich hoffe, ich kann wieder hoch. Hä? Ich glaube, du Wukong schon durch hast, der. Zu Level 300 irgendwas. Jetzt NG+. Ist ja gar nichts mehr. Wo geht's denn hier lang? Das ist ja Wukong nicht mal ein, 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 ein Durchgang durch. Echter, echter, alles der Kunde und so und der. Geil. Hm, hm, hm. Ach, hier ist der Weg. Hier unten. Hm, 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 hm. Hier hat der Adeptus Mechanicus gekämpft. No. Okay, zu den Datenbanken. Das ist nur eine direkte Route. Das wird wohl etwas länger dauern. Warum greifen sie nicht an? Sie planen irgendetwas. Was können diese Insekten denn schon planen? Das sind nur Drohnen. Aber wer steuert sie? Ein würdiger Gehörer. Da der Block. Düster aus. Oh, mich schon wieder verlaufen, oder? Wie sieht alles gleich aus? Ja, das muss ich auch noch machen. Gyroplaster. Oh Mann, kommen jetzt wirklich kleine Viecher wieder? Die Scheiß-Tür geht nicht auf. Sucht nach einem Zugangsterminal. Die System-Zurücksetzung sollte klappen. Oh, Licht aus. Ich glaube, der Schwen ist ja schon wieder nicht mehr da. Sie kommen, aufpassen. Hat er nur gesagt, ich weiß nur kurz. Oh, Lichte. Noch nicht. Muss ich noch erstellen, aber... Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt für Space Marine Next Channel. Kann man eh nur zu dritt spielen. Jetzt sind ganz viele andere Channels und halt auch an allgemeinen Channels. Da kann man das halt da reinsteigen, zum Beispiel. Schade. Ja. Aber ich kann auch einen erstellen. Das Spiel ist halt allein, deswegen hatte ich das nicht für nötig gehalten. Hilfe. Ich lebe nicht auf, solange ich atme. Das erinnert mich so an Alien, das Spiel. Auch. Nehme Ausrüstung. Ein Reliktor. Exekutiert doch, was ist denn mit euch? Der sieht fes aus, im Dunkeln. Ja, die sehen aus wie die Xenomorphs. Ja. Der hat ja auch wechseln sollen. Ihr seid nicht meine Brüder, er ist halt nix nützig, seid ihr. Nur manchmal. Zumindest die kleinen Viecher. Ja. Die kleinen Viecher sehen genauso aus wie das Alien bei Alien, finde ich. Im Spiel oder halt im Film. Ah, hier Raphael. Servus. 832. Willkommen im Stream. Raphael, du folgst mir schon seit 317 Tagen. Da komm ich die Info grad rein. Krass, oder? Fast ein Jahr schon. Sehr gut. Welter Gewehr. Ja, ich spinne das Game bei dir. Game ich bin bei dir? Also heute kommt ein Update raus auf 40. Auf jeden Fall. Äh, wieso, aber was spinnt denn bei dir? Kannst du nur irgendwas gemein mit dem Spieler einladen? Hm. Hm. Oh. Moin. Oh nein, das ist ein Boss. Ich kacke ab, Leute. Ja. Oh. Oh, Alter. Ja. Ja, das ist komplett aus. Oh ja. Warum nicht? Hast du Crossplay angeschaltet? Deine Kumpels, also. Gestern hast du mich versetzt, Raphael. Beide. Aber alles gut. Ich brauche alleine Spaß. Was ist der Boss hier? Du bist schwer getroffen. Lade nass. Ich glaub ich muss noch mal wieder mal entzocken, wie es nächstes Jahr erscheint. Nein, was hat mir jetzt noch mal... Was? Monster Hunter World? Monster Hunter World? Welches Monster Hunter World? Ach, Monster Hunter World. Genau. Ja, weiß ich, jetzt habe ich so viel gespielt schon. Ich warte das auf das neue. Ich habe nur so viel Spiele, ich finde das. Aber Monster Hunter, das... Freue ich mich auch auf das neue, wenn das rauskommt. Bleib mir mit dem Ladebildschirm hängen, danach geht nichts mehr. Okay. Das ist nicht gut. Also ich habe noch nie... Also ich habe nur Online-Sucher versucht. VVE-Missionen. Da ging es... Bei mir mit anderen Spielern. Aber... So jemand einzuladen, habe ich noch nicht versucht. Ich möchte nicht sagen, ob das auch... Nicht bei mir geht oder... Ey, Digga, ich habe keine Munition. Ich habe Granaden. Alter, der spuckt! Komm, ich hatte den fast. Alter Spucki. Spucki. Danke fürs Lagen, Gravel. Okay. Dann nochmal in Ruhe. Ja. So, komm, da ist's. Okay. Dann einen schönen Dienst und gute Nacht. Ich muss morgen auch wieder arbeiten. Achso, ist das halt. Oh, ja. Dir auch fürs Morgen. Ja, tschüss. So ein Feuerball. Blumen. Vielen Dank für den Werbe. Hallöchen. Und diesmal sieht das so ganz gut aus. Hoi. Gut, gut. Und der? Ja. Ja. Alter, jetzt hat er mich immer getroffen. Ach, da ist so Munition. Aufgefüllt. Guten Abend. Hm. Alter Bridge. Guten Abend. Hm. Du zu weitern. Das ist ja gut, Steven. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Oh. Ja, das ist Vorhammer 2. Äh, Space Marine 2. genau das ist dann raus im vorzug auf diese angreifte diesmal scheiß gerne alter bitch ich darf ja drauf jetzt exekutieren exekutieren ich hab's geschafft weiß hat eine sequenz deswegen brauchen wir ein bisschen länger weil alles schwerer ist aber so ist es eine gute herausforderung ja also ein bisschen ist das wie geese of war aber ich finde es eher wie space marina 1 halt angelehnt aber das game ist echt cool macht sehr sehr viel spaß kannst du ich denke du bist dann auch das stimmt wo muss ich jetzt hin was gesagt wir sind erst das deutsche dazu hat es doch aufgemacht wahrscheinlich wieder zurück nicht jetzt echt cool kann ich empfehlen am 09 kommt es ja offiziell raus da musst du ja gar nicht mal die große die zu kaufen und wenn du auf pc spielst kannst du eh bei kieser landes günstiger kriegen kostet 50 euro oder so kieser landes aufzugreifen offensichtlich nicht das hier oder nicht hallo junte bin ich hier richtig so aus nein xbox serie x Was für eine forschung rechtfertigt so viele geopferte menschen leben nix gut nix gut ja auf youtube bin ich auch wenn du auf mein tiktok profil gehst das sind alle links verlinkt auf meinen youtube link also müsste das auch wenn ich weiß oh mein gott da lade ich auch immer ich nehme immer gleichzeitig auch da lade ich auch die aufnahmen hoch dann ja ich danke dir hörst du sender digger nein das buch schon lange nicht mehr das ist einfach immer das gleiche hundertmal die gleiche mission immer machen für einen teil und das ist so einfach ich will über 100 stunden hatte ich auch keinen bock mehr auf das spiel in die ecke gedrängt und in season 2 ist es komplett das gleiche einfach wieder leider bockt mir das nicht mehr aber vielleicht irgendwann mal wieder du spielst das wohl noch runter überheatzt überheatzt du spielst das auch nicht mehr ich kann nicht aufstehen ja das weg sagt ist halt immer das gleiche leider kann ich genauso fließband arbeiten ich darf mir wenigstens kalt ich sehe mal keine ahnung bin ich voll in zu ah black ops 6 beta 2 ne ja ich hab die beta 1 gespielt das reicht mir ist genauso wie cold war also sieht komplett aus wie cold war damals deswegen kauf ich es mir nicht das haben sie einfach nur wieder remastert die ganze ne das mag ich nicht dafür wieder 70 Euro auszugeben nö danke aber wenn es im game pass ist dann ist er eh wascht dann kann man es immer wieder mal spielen das ist ja das gute am game pass da muss man nicht den vollen preis zahlen das ist schon cool black ops 6 finde ich aber es hat sehr sehr viel ähnlichkeit mit cold war das sag nicht nur ich wenn es spaß macht ist auch voll ok aber co2 ist mir allgemein eh zu stressig und viel zu alt dafür vielleicht ist er schon weg vielleicht hat er gar nichts damit zu tun halten wir uns an die fakten bruder ich deute nur die daten wie ist der kodex astartes mich gelehrt hat kodex astartes wieder so eine ewige mission ne geht es auch schon seit einer stunde nach der datensicherung deaktivieren wir ihn ok let's go greife auf den kogitator zu die wo sind mit dir was soll das draus sequenz sequenz unterwählen dann fürs leiden ich erwache leutnant titus ultramarines zweite kompanie ultramarines wird gesucht die stadt ich rufe einen zanderhawk karte öffne datei projekt aurora projekt aurora leute öffne die datei in dieser datei rekonstruktion bruder die akten sind geheim verdammt sie wurde zerstört was genau mechanikus idioten zeig mir den standort des artefakts schweiz oh oh achten wolkenreaktor instabil kernschwetze steht bevor hier wird alles zusammenfallen und die stadt darunter begraben äh und die rennen in kernreaktor rein oder was ich weiß nicht achso dann machen die das extra damit er explodiert kann auch sein sie werfen sich in den reaktor wir müssen ihn abschalten bevor sie ihn noch mehr destabilisieren machin geist schalte den reaktor ab verweigerung vererscheidungen sind verschwarzen manuale überschreibung erforderlich erklär dich ich bro ich stream grad bloß ja leider nicht geantwortet um neun bloß er da selber gestreamt hab ich gesehen wieso was brauchst du denn genau ich kann dir die vision 2 ans herz legen vision 2 oh gott wie lange ich und oft ich das schon gespielt hab bro ist ein gutes spiel aber ist auch die luft draußen mit wegen twitch jetzt äh train.os oder weswegen oder weswegen bei mir kamen melden wegsensibel inhalte über die nächste magazin mit aua ja das hab ich schon gesehen bei dir das ganz normal wenn man spiel ab 18 spielt und nicht den modus rein stellt mit aua du musst den stream halt ab 18 stellen dann davor nochmal halt alles so diesmal aber klein andere das ist auch ne miese miese mission hauptsache das tut nicht gut aus ich ich erinnere mich dass du ein problem ich 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 viermal dreimal zwei drei vier ach ja fünf fünf prozent hab die schon gefressen obwohl die so kurz noch drauf waren ich muss ja echt schnell abschießen ach komm ach komm ey das egal das ist so krass du wirst es schaffen ich weiß es das weiß ich auch mal dran ja ich sehe es hallo murray so geht es gut und wie geht es hier ja ich weiß schießt du schon ok jetzt exekutier doch das ding das gibt es doch nicht also die ki von meinen mates sie ist so dumm das freut mich zu hören ja das freut mich zu hören danke danke dir nur gerade hier ein bisschen unter stress ganz viele viecher hier sind meine ki mails total umsinn ich spiele den space marine 2 oh ja gott dann nochmal von neu die 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 die